hallo zusammen und herzlich willkommen zu agario 3d ich habe wirklich keine ahnung warum ich zocke aber ich dachte oh komm wird mal zeit irgendwas neues zu machen und ja ich würde mal sagen starten wir jetzt auch gleich auf den europäischen servern ich glaube ich habe die europäischen server ausgewählt wir nennen uns flag dragon und welchen skin nehmen wir war ja es mal lava pikachu kommt beginnen wir mit dem football junge alter ist nicht der fußball von der wm 2000 und 2010 ok ich dachte schon mit fußball würden irgendwas besseres nicht und da war ein pikachu ja also ihr könnt schon sehen dass agario aber halt in 3d alter der sieht bisschen creepy aus oben kann man sehen wir meine masse ist 45 grad 46 48 und der erste platte 20.000 20.000 nice aber da ist noch ein fußball und hier kann man ja das ende der map sehen mit einer mauer ja die haben es einfach mit der mauer gemacht okay ich darf nicht vergessen hier mit den basd tasten bisschen ja ein bisschen den bildschirm zu reden was wollt ihr von mir was will eigentlich frankreich und das auge darf und mir alter geht weg bitte hilfe das junge haben wir eigentlich nichts besseres zu tun Oh, 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 oh Neckt me Yo Komm, wir müssen ein bisschen was essen Weil sonst, die fressen uns jetzt Sonst einen Hauf Können sie sich eigentlich nicht aufteilen? Obwohl, ah, ich glaube Die wollen es nicht riskieren Sich aufzuteilen Weil, Alter Okay, ist ja immer noch hinter mir Oh Gott, oh, da ist ein Pikachu Pikachu Seht ihr immer noch hinter mir? Ich glaube Bäume sind hier halt diese Hindernisse Wie im normalen Agarjo Ey, Auge, bitte, geh weg Jetzt hält man sich hier auf Okay Ja, das geht's natürlich auch Ja Also, ich habe wirklich keine Ahnung, warum die So ein Spiel gefunden haben Also Agarjo normal Das war nice Auch Slither.io Das war auch meine zweite Folge Meine zweite Folge, die ich je hochgeladen habe War Slither.io Ja Das war auch schon nice Alter, was bist du denn? Was sind das für Skins? Schaut, dass man hier nicht seinen eigenen Skin benutzen kann Warte, was passiert, wenn ich hier Gegen die Mauer fahre? Ja, ich bleib stehen Hätte ich irgendwie bedenken können Nein, jetzt folgt mich schon wieder ein Auge Bitte nicht Ich habe keine Ahnung, wo ich Wo ich gerade hinfahre, hingehe Keine Ahnung, wie man es nennen Soll Hallo Hallo Ich möchte ein bisschen action Ich würde gerne den großen da sehen Diesen V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v big dragon hey ich bin auch ein dragon heiko kommen her kommen her obama da ist überhaupt man hat aber keine obamas kind auch ja 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 meinst du 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 ich habe keine ahnung wo der hin will auch nur dann kommt mir okay aufhören aufhören geh weg so das war's warum kommt die esprit werbung ich will keine hose für 60 euro kaufen man 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 okay wir nehmen uns was anderes wir nehmen ein spider man auch das ding's tommy mcguire so ein meme kann man da irgendwas kann hier noch irgendwas spannendes machen bitte ich das ist nicht spannend was soll das ja 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 bitte 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 ha wer ist hier der boss du nicht und hat man nein man kann sich nicht schneller zusammenfügen als beim normalen agario was es auch bei mir noch nie gab und das mal agario also ich habe es mal aufgenommen aber ich habe es danach verworfen ja ich habe es verworfen kommt er es muss das muss so ein überraschungsangriff sein nein warum alter sieht aus wie käse wie hä oh flack flack alter wir nennen mich auch flack hatte ich will mal schauen wie das so aussieht auch gott schnell weg hier und das mit der kamera drehen und sich bewegen das äh funktioniert noch nicht so ganz leider warte ich glaube ich kann damit die fps höher machen kleiner höher stand irgendwas mit fps und ach come on ich habe eh 29 fps und ich nehme mit 60 fps auf ach gotter gotter gott nein weg fui ich nix gut ich fui na komm teilen wir uns auf geht's weg schneller ja groß ich stehe noch nicht die logik von diesem spiel was ist wir sind so eine halbe kugel zum halber ball nein ich nix gut du von mir weg gehen dankeschön nein weg kamikaze weg sollte man vielleicht will schon drehen ich weiß wo ich gerade hingehe nennen wir es mal okay wenn es hingehen ein pumpkin hey komm her komm her nein 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 es war gut das war eine schlechte entscheidung schon ein bisschen langweilig muss ich sagen es gibt halt voll wenige 3d zocker alter kommt riesiger smile auf uns latvia biete auf du machst mir angst alter ist also sieht lave aus ja punch voll das ist ein pika ich würde gerne irgendwas jetzt machen habe ich dich aber nicht komplett wieder einfach mit mir herumspiel so ein dreckiger ja was was wir bei no skin sowas geht auch klar kann man auch mit weh ein mit weh kann man es nicht alt alter das ja mal keine perspektive der 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 okay kommt auch nicht her festiv für processo bitte bitte sie ist nicht gut hallo so ok was wir das findet dumme aktion ja und dann werden wir schon fast wieder beim anfang weg 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 die karte schon ein ob die karte also ist ja auch wirklich überall weg ein bisschen komisch aus so platt gedrückt und so ich fühle mich wieso kennt ihr noch diese traum zucker von der apotheke irgendwie sich gerade so aus was kann ein spieler den ich da gegessen habe ich weiß nicht oder es war einfach nur so eine gelbe und blaue kugel in einem was natürlich auch vorkommen kann ganz natürlich hoch kommt beobachten wir baby und pannen irgendwas ihr sollt euch gegenseitig es nicht mich natürlich jetzt kommt wieder die logik durch die bäume was bringt die bäume könnt ihr es mir mal bitte sagen auch gott nein nein geh weg oder war schon wieder auch gott die weg homa homa ok das ist unser nächster skin homa simpson als auge das das gibt nicht auf ok jetzt gibt es auf wir müssen natürlich das schon spannend machen wie es so geht hallo hallo wenn er sich jetzt aufteilt ich brauche dann gute reflexe aber ich sehe halt nicht besonders viel ja auch jackie chan mitte warte warte doch oma komm schon sei kein spielverderber warte oh das ist schon wieder diese trofe es ist bitte kommt er und mir jetzt gleich kurz wie die jahre gegessen 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 wo ist eigentlich mein anderer oh gott ja was sollte es alter zeigt dass sich was dreht was dreht was dreht was dreht was dreht was dreht das war geiler muss ich sagen ziemlich gelaufen damals bei der wm 2010 ich glaube es war auch ja es war 2010 oder oder irre ich mich also zu irgendeiner wm war das aber ob 2006 zu dieser wm in deutschland war zum sommermärchen oder 2010 ich weiß es nicht aber trotzdem zeit dass sich was dreht ok ich höre auf ich weiß ich nerv euch mit meinem singen ich kann nicht sehen ich weiß ja ich weiß es das müsst ihr nicht in die kommentare schreiben komm seit dass er sich was dreht 2000 jahre später oh 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 komm seit dass sich was dreht seit dass sich was dreht was dreht was dreht was dreht oh jetzt geben wir uns selber ja was soll das eigentlich was mach ich hier ja ist eigentlich schief gehofft ok ich würde mal sagen letztes mal mit nicht so sondern homo homo simpson play nein jetzt mal gerne in die kommentare schreiben ob ihr die simsons mögt oder ob ihr es auch aktiv schaut also ich schaue es wirklich aktiv ich mag die säge aber meine chance sind wirklich ziemlich lange diese säge ist immer wieder lustig ist immer wieder lustig egal wie aus man schaut ist immer wieder lustig wirklich ohne scheiß oh jetzt können wir jetzt können wir uns komm her oh ja oh ja jetzt jetzt wird gegönnt der kleine homo der gönnt sich auch immer immer wieder gerne was geil wäre es wenn man zu den skins noch so dass die kugeln halt anders werden zu jedem skin dass die kugeln sich halt zu jedem skin anpassen weil werden hier diese kugeln halt keine kugeln sondern donuts das wäre geil aber ich glaube umsetzung obwohl naja das ist eigentlich einfach nur dings texture ändern mehr nicht aber was erwartet man eigentlich von einer kostenlosen einem kostenlosen spiel wirklich was will man da erwarten aber irgendwie hat mein homo hier keine haare okay natürlich der homo hat auch nicht besonders viele haare aber der hat ja gar keine haare der hat ja auf dem kopf drei als ob ich den nicht essen kann so ich würde mal sagen das wäre es von einer ziemlich dummen agario 3d folge das wird glaube ich auch nie wieder mehr auf meinem kanal kommen es war halt nur so just the fun gerade hatte gerade ja bock darauf ähm ja ich würde mal sagen falls ihr gewonnen habt dann hast du eine positive bewertung da falls kein weiteres video mehr verpassen wollt dann lass natürlich auch gerne ein abo da das wäre es von meiner seite aus haut rein und bis zum nächsten mal ciao ciao